Frontal-Trick-Training 2 Hierfür benötigen wir für beide Teams jeweils zwei Hütchen im Abstand von ca. 6 Meter zueinander und spannen sie wenn möglich ein Gummiband ins Tor, um gezieltes Zielschießen zu ermöglichen. Der erste Spieler dribbelt auf das Trick-Hütchen zu, führt einen Übersteiger mit dem rechten Bein aus und legt den Ball auf der linken Seite vorbei. Abschließend schießt der Spieler mit einem Spannball Richtung Kreuzeck. In dieser Variante führt der Spieler den Trick Matthews aus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Nun führt der Spieler den Trick Übersteiger Finte aus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020